Willkommen zurück, Killer's Dead Folge 4, Episode 7, TIGA, eine finstere Nacht, los geht's. Noch absurder kann's ja nicht werden. So, you will not kill me, then. Sehr geehrte, Mr. Brian. So, what's the job? Uh-huh. So, what's the call? Wait a minute, you're saying they had names too? Lifeless dwellers of the moon. Wires. Our target this time is Yakuza. Go bring me the head of their leader, Hamada Yama. Are you sure? That's the job. Understood. His execution will be swift. Well then, the drill's the same. Roger! Roger, 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 roger. Roger, 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 roger. Speaking of which, why are the two of you living together? Ich habe sie in der Straße verlassen, also habe ich sie in und gegeben etwas Essen gegeben. Ich habe dann herausgefunden, dass sie ziemlich gut ist, dass sie so leicht gebraten Ecke zu machen. Ich lasse sie bleiben. Ich kann es trotzdem nicht verstehen, dass das Kind manchmal. Das macht zwei von uns. Ja, dann mal los. Was ist das? Was war das? Was wieder? Es scheint, dass jemand uns schaut. Das ist ein Ninja. Das sage ich jetzt einfach mal. Und was ist das da? Aha. Oh, gleich drei von denen. Was ist das? Ja, hier. Oh, eine Schriftrolle. Was steht da drin? Willkommen, Drache. Schauen wir, ob du immer noch so gut bist. Ich habe fünf Ninja mit Schriftrollen in dieser Anlage versteckt. Bringen mir alle. Ah ja, alles klar. Ist das jetzt einer oder nicht? Okay. Das auch noch. Das auch noch. Das ist ein Drache. Ich bin bereit, dass sie viel schwerer sind als deine vorherigen Angelegenheiten. Ich bin bereit. Oh, jetzt hier. Und wo ist er? Das ist der. So, was ist jetzt hier mal? Hä? Da ist er. 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 Was ist er. Da 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 ist er. Er ist er. Da ist er. wo ist er. da 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 ist er. Was passiert hier? Ich hab doch nie gedrückt, Mensch. Schon wieder halb tot. Ja, soviel zu der Frage, ob das Spiel noch schwerer wird. An Pott? Ja. Wo ist er? Danke fürs Zählen, werte Dame. Ähm. Genau. Okay. So, da bin ich gerade drüber. Dann kann ich jetzt da vorne durch die Tür gehen und dann müssten da noch zwei sein. Ah, das hab ich ganz vergessen, dass ich das jetzt kann. Das ist natürlich praktisch, da muss ich gleich mal dran denken. Oder öfter dran denken oder was auch immer. Was ist das hier? Okay. Okay, hier vibriert es. Ah, da oben. Ach, Mann. Ach, Mann. Okay. Das ist der vierte. Bis ich irgendwann Glück habe und ihn finde. Ich war doch jetzt schon überall, oder nicht? Na, vielleicht ja auch nicht. Hier war ich noch nicht. Oder doch? Toll, und jetzt ist hier nicht mal was. So, hier ist er irgendwo. Aha. So, hier ist er. Meine Güte, ey. Oh. Hä, wo ist er denn jetzt? Ah, da. Mein Gott, habe ich viele Upgrade-Dinger. Ah, da habe ich die denn alle her. Das kriege ich eh nicht hin. Okay, keine Ahnung, was das bringt, aber ich hole es mal. Keine Ahnung, ob ich das jemals benutzen werde. Na ja. Cool. Wo muss ich jetzt hin? Hä? Und wo kam das denn? Ach, da. Oh. Woa. Was. Ähm, okay, so, wo war das? Da hinten? Oder kam ich da her? Ne, da war das, ne? Ja, okay. Was ist, wer ist die, was ruft die dauernd an? Ja, okay, so, was ruft die dauernd an, was ruft die dauernd an? Vampir? Was denn für ein Vampir? Die Hälfte nicht mitgekriegt wieder, naja. Moin. I've come here for your head. I thought he was supposed to come. Ja, wo auch sonst. Ja, dann mal los. Huh? Yes, you shall. Dann mal los. Reitet er auf dem Tiger? Wo? Und weg. Get on! Vivian! It's time to race the Tiger. Vivian ist eine Meisterin der Vivian Phantom Technik mit 16 Waffen und eine exzellente Motorradfahrerin. Neigen, Spur wechseln, Katana Angreif, Kollision überstehen. Nein, das ist nicht so einfach. Nein, das ist nicht so einfach. Hä? Was ist das ein Spiel? Ja, das ist nicht so einfach. Ich sehe, warum er dich verraten hat. Es ist Zeit, um dieses Duel zu Ende 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 zu Ende. Geiler Boden. Na dann komm mal her, du. Ja, das war absolut perfekt ausgewichen. Schon wieder. Das ist eine Frechheit, was hier passiert. Okay, scheinbar funktioniert das nicht so, wie ich mir das hier vorstelle. Wow, der macht aber auch ganz schön Schaden, der Gute. Okay, also das ist ja richtig lächerlich. Er zertrümmert einfach die Felsen mit mir, das ist ja auch ein Ding. Ich sehe kein Land. Ich hoffe, ich habe genug Wiederbelebungstickets dabei. Wie man immer 30 Kilometer weit wegfliegt. Der da los. Schon habe ich 5. Hoffentlich reicht das. Das geht ja fantastisch direkt wieder los. Ja, klar. Ey, das ist doch ein Witz. Das kann doch nicht so richtig sein hier. Aha, okay. Ich dachte, jemand kann gar nicht mehr blocken. Aber ich habe einfach immer dazu in irgendeine Richtung gedrückt. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Oh, ich hasse das. Das war zu langsam. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst hier. Ah, quick jump events. Okay, also so ist der natürlich machbar. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Naja, was soll ich machen. Oh, herrje. Ähm, ja, alles klar. Aua! Aua! Oh! Ja, das war ja frech. Man wird trotz Blob einmal durch die Weltgeschichte geschossen, wenn man nicht aufpasst. Ach, Mann. Ah! Scheiße! Jetzt ist auch noch mein ganzes Blut weg. Ja, jetzt bin ich gleich wieder tot. Das kommt davon. Wanda, Wanda, Wanda! Ich muss gleich mein ganzes Geld für Wiederbelebungskekse ausgeben. Der macht aber einen Schaden. Wanda, Mann. Wanda, War! Ja, okay. Ich muss weit weg. Nichtён, nicht. Ich bin ich nicht ridiculously hilfreich, Mann. Ich bin froh, Mann. públic- Okay, jetzt kann man wieder ausweichen, dass er irgendwie wohnt. Oder auch nicht. Je nachdem, ob man es kann. Ah, haha. Okay, schnell mal. Energie aufladen. Scheiße. Mein Gott, der ist aber haarig hier, der... Der Gute. Eieieiei, eieiei, eieiei. Ey, das ist doch... Was ist denn das für ein Kack? Der killt mich doch nochmal, wie es aussieht. Ich renne mal zu ihm hin, damit er mich wieder wegschießen kann. Komm schon. Komm schon. Let me end my own life Life like a true Samurai. Assist me. It would be an honor. Ich würde mich noch nicht wegschı hide. Ich würde mich n terrorist. Ich würde mich nirgendwer wegschießen. Ich würde mich nicht mehr wegschießen. Und wenn ich nicht nirgendwer wegschließen würde, dann könnte ich mich nirgendwer wegschauen. Aber wenn ich eine Frau hinsehe. Ich würde mich eksperten, doch, wenn ich dir das für ein Kackle bin. Ich bin mir leer. Ich würde mich nirgendwer wegschübern. Du kannst dich nicht nirgeln. Huh? Tell him for me. The tiger will disappear. So the dragon must stay. Of course. Killer is dead. I have branded in my memory the death of a true man. Oh, 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 oh. Was ist denn da los? Oh, oh, oh. The tiger is gone. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Ciao. Ja, das war nix. Ach, das war trotzdem B. Na gut, von mir aus. Ich werde mich nicht beschweren. Oh, was ist denn jetzt los? Achso, das sind irgendwelche Nebenaufgaben. Naja, das meine ich. Ähm, ich kaufe nochmal eben ein. Weil wenn das jetzt wirklich so, also ich habe den Anschein, es wird schwerer, dann werde ich da noch ein paar von brauchen, ich habe eh unendlich viel Geld. Besser haben als brauchen. So. Gut. Und beim nächsten Mal geht es noch weiter mit Episode 8. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.